Annalayo, 1962 in Deutschland geboren, wurde 1995 in Sri Lanka als buddhistischer Mönch ordiniert. Satipatthana war das Thema seiner Doktorarbeit an der Universität von Piradiniya. Derzeit widmet er sich dem Schreiben, Lehren und der Praxis der Meditation. Übersetzung des Satipatthana Sutta So habe ich gehört, einmal lebte der Erhabene im Land der Kuru, bei einer ihrer Städte namens Kamad Sadama. Dort sprach er die Mönche an. Ihr Mönche! Ehrwürdiger, antworteten sie. Der Erhabene sagte dies. Direkter Weg Ihr Mönche! Dies ist der direkte Weg zur Läuterung der Wesen, zur Überwindung von Kummer und Weglage, zum Beenden von Dukkha und Betrübtheit, zur Erlangung der richtigen Methode, zur Verwirklichung von Nibbana, nämlich die vier Satipatthanas. Die Definition Welche vier? Hier, ihr Mönche, verweilt ein Mönch hinsichtlich des Körpers, den Körper betrachtend, unermüdlich, wissensklar und achtsam, frei von Verlangen und Betrübtheit hinsichtlich der Welt. Hinsichtlich der Gefühle verweilt er die Gefühle betrachtend, unermüdlich, wissensklar und achtsam, frei von Verlangen und Betrübtheit hinsichtlich der Welt. Hinsichtlich des Geistes verweilt er den Geist betrachtend, unermüdlich, wissensklar und achtsam, frei von Verlangen und Betrübtheit hinsichtlich der Welt. Hinsichtlich der Dhammas verweilt er Dhammas betrachtend, unermüdlich, wissensklar und achtsam, frei von Verlangen und Betrübtheit hinsichtlich der Welt. Atmung Und wie, ihr Mönche, verweilt er hinsichtlich des Körpers den Körper betrachten? Hier, nachdem er in den Wald oder zum Fuße eines Baumes oder zu einer unbewohnten Hütte gegangen ist, setzt er sich nieder. Und nachdem er sich mit gekreuzten Beinen gesetzt, den Körper aufgerichtet und Achtsamkeit geistig in den Vordergrund gebracht hat, atmet er achtsam ein, atmet achtsam aus. Lang einatmend, weiß er, ich atme lang ein. Lang ausatmend, weiß er, ich atme lang aus. Kurz einatmend, weiß er, ich atme kurz ein. Kurz ausatmend, weiß er, ich atme kurz aus. Er übt sich so. Ich werde den ganzen Körper empfindend einatmen. Er übt sich so. Ich werde den ganzen Körper empfindend ausatmen. Er übt sich so. Ich werde die Körperformation beruhigend einatmen. Gerade wie ein geschickter Drechsler oder sein Lehrling, wenn er eine lange Drehung macht, weiß, ich mache eine lange Drehung. Oder wenn er eine kurze Drehung macht, weiß, ich mache eine kurze Drehung. So weiß der Mönch lang einatmend auch, ich atme lang ein. Und dann weiter wie oben. Der Kehrvers Auf diese Weise verweilt er hinsichtlich des Körpers den Körper innerlich betrachtend oder er verweilt hinsichtlich des Körpers den Körper äußerlich betrachtend. Oder er verweilt hinsichtlich des Körpers den Körper sowohl innerlich als auch äußerlich betrachtend. Er verweilt die Natur des Entstehens im Körper betrachtend. Oder er verweilt die Natur des Vergehens im Körper betrachtend. oder er verweilt die Natur sowohl des Entstehens als auch des Vergehens im Körper betrachtend. Die Achtsamkeit, ein Körper ist da, ist in ihm gegenwärtig in dem Maße, das zum reinen Erkennen und für andauernde Achtsamkeit erforderlich ist. Und er verweilt unabhängig, an nichts in der Welt haftend. Genauso verweilt er hinsichtlich des Körpers, den Körper betrachtend. Zu den Körperhaltungen So dann, ihr Mönche, weiß er beim Gehen, ich gehe. Beim Stehen weiß er, ich stehe. Beim Sitzen weiß er, ich sitze. Beim Niederlegen weiß er, ich lege mich nieder. Oder er weiß der Haltung entsprechend, in der sich der Körper gerade befindet. Kehrvers Auf diese Weise verweilt er hinsichtlich des Körpers den Körper innerlich, äußerlich, sowohl innerlich als auch äußerlich betrachtend. Er verweilt die Natur des Entstehens, des Vergehens, sowohl des Entstehens als auch des Vergehens im Körper betrachtend. Die Achtsamkeit, ein Körper ist da, ist in ihm gegenwärtig, in dem Maße, das zum reinen Erkennen und für andauernde Achtsamkeit erforderlich ist. Und er verweilt unabhängig, an nichts in der Welt haftend. Auch so verweilt er hinsichtlich des Körpers, den Körper betrachtend. Aktivitäten So dann, ihr Mönche, handelt er wissensklar beim Vorwärts- und Zurückgehen. Er handelt wissensklar beim Hinblicken und Wegblicken. Er handelt wissensklar beim Beugen und Strecken seiner Glieder. Er handelt wissensklar beim Tragen von Obergewand, Essensschale und Robe. Er handelt wissensklar beim Essen und Trinken, beim Kauen und Schmecken. Er handelt wissensklar beim Entleeren von Kot und Urin. Er handelt wissensklar beim Gehen, Stehen und Sitzen, beim Einschlafen und Aufwahren, beim Sprechen und Schweigen. Kehrvers Auf diese Weise verweilt er hinsichtlich des Körpers den Körper innerlich, äußerlich, sowohl innerlich als auch äußerlich betrachtend. Er verweilt die Natur des Entstehens, des Vergehens, sowohl des Entstehens als auch des Vergehens im Körper betrachtend. Die Achtsamkeit, ein Körper ist da, ist in ihm gegenwärtig in dem Maße, das zum reinen Erkennen und verandauernde Achtsamkeit erforderlich ist. Und er verweilt unabhängig, an nichts in der Welt haftend. Auch so verweilt er hinsichtlich des Körpers den Körper betrachtend. Anatomische Teile So dann, ihr Mönche, untersucht er prüfend eben diesen Körper, von den Fußsohlen aufwärts und von den Haarspitzen abwärts, von Haut umschlossen, angefüllt mit vielen Arten von Unreinheit. In diesem Körper gibt es Kopfhaare, Körperhaare, Nägel, Zähne, Haut, Fleisch, Sehnen, Knochen, Knochenmark, Nieren, Herz, Leber, Zwerchfell, Milz, Lunge, Gedärm, Gekröse, Mageninhalt, Exkremente, Galle, Schleim, Eiter, Blut, Schweiß, Fett, Tränen, Talk, Speichel, Nasenschleim, Gelenkflüssigkeit und Urin. Gerade so, als wäre da ein Beutel mit einer Öffnung an jedem Ende, gefüllt mit vielen Arten von Körnern wie Hügelreis, Roterreis, Bohnen, Erbsen, Hirse und Weißerreis, und ein scharfsichtiger Mann würde ihn öffnen und ihn so untersuchen. Das ist Hügelreis, das ist Roterreis, das sind Bohnen, das sind Erbsen, das ist Hirse, das ist Weißerreis. So sieht er auch eben diesen Körper. Und dann weiter wie oben. Kehrvers Auf diese Weise verweilt er hinsichtlich des Körpers den Körper innerlich, äußerlich, sowohl innerlich als auch äußerlich betrachtend. Er verweilt die Natur des Entstehens, des Vergehens, sowohl des Entstehens als auch des Vergehens im Körper betrachtend. Die Achtsamkeit, ein Körper ist da, ist in ihm gegenwärtig in dem Maße, das zum reinen Erkennen und verandauernde Achtsamkeit erforderlich ist. Und er verweilt unabhängig, an nichts in der Welt haftend. Auch so verweilt er hinsichtlich des Körpers den Körper betrachtend. Die Elemente So dann, ihr Mönche, untersucht er prüfend eben diesen Körper, gleich wo und in welcher Haltung er sich befindet, als aus Elementen bestehend. In diesem Körper gibt es das Erdelement, das Wasserelement, das Feuerelement und das Windelement. Gerade so, als hätte ein geschickter Schlechter oder sein Lehrling eine Kuh geschlachtet und säße an einer Straßenkreuzung mit dem in Einzelteile zerlegten Tier. So sieht er auch eben diesen Körper. Und dann weiter wie oben. Der Kehrvers Auf diese Weise verweilt er hinsichtlich des Körpers den Körper innerlich, äußerlich, sowohl innerlich als auch äußerlich betrachtend. Er verweilt die Natur des Entstehens, des Vergehens, sowohl des Entstehens als auch des Vergehens im Körper betrachtend. Die Achtsamkeit, ein Körper ist da, ist in ihm gegenwärtig in dem Maße, das zum reinen Erkennen und verandauernde Achtsamkeit erforderlich ist. Und er verweilt unabhängig, an nichts in der Welt haftend. Auch so verweilt er hinsichtlich des Körpers den Körper betrachtend. Verwesender Leichnam So dann ihr Mönche, als sähe er einen Leichnam, hingeworfen auf einem Leichenfeld, einen Tag, zwei oder drei Tage tot, aufgedunsen, bläulich verfärbt, aus dem Flüssigkeiten sickern, wie er von Krähen, Falken, Geiern, Hunden, Schakalen oder verschiedenen Arten von Würmern verschlungen wird. Ein Skelett mit Fleisch und Blut, von Sehnen zusammengehalten. Ein fleischloses Skelett, blutverschmiert, von Sehnen zusammengehalten. Ein Skelett ohne Fleisch und Blut, von Sehnen zusammengehalten. Der Kehrvers Auf diese Weise verweilt er hinsichtlich des Körpers den Körper innerlich, äußerlich, sowohl innerlich als auch äußerlich betrachtend. Er verweilt die Natur des Entstehens, des Vergehens, sowohl des Entstehens als auch des Vergehens im Körper betrachtend. Die Achtsamkeit, ein Körper ist da, ist in ihm gegenwärtig in dem Maße, das zum reinen Erkennen und für andauernde Achtsamkeit erforderlich ist. Und er verweilt unabhängig, an nichts in der Welt haftend. Auch so verweilt er hinsichtlich des Körpers den Körper betrachtend. Die Gefühle Und wie, ihr Mönche, verweilt er hinsichtlich der Gefühle, die Gefühle betrachtend? Hier, wenn er ein angenehmes Gefühl empfindet, weiß er, ich empfinde ein angenehmes Gefühl. Wenn er ein unangenehmes Gefühl empfindet, weiß er, ich empfinde ein unangenehmes Gefühl. Wenn er ein neutrales Gefühl empfindet, weiß er, ich empfinde ein neutrales Gefühl. Wenn er ein weltliches, angenehmes Gefühl empfindet, weiß er, ich empfinde ein weltliches, unangenehmes Gefühl. Wenn er ein weltliches, unangenehmes Gefühl empfindet, weiß er, ich empfinde ein nicht weltliches, unangenehmes Gefühl. Der Kehrvers Auf diese Weise verweilt er hinsichtlich der Gefühle die Gefühle innerlich, äußerlich, sowohl innerlich als auch äußerlich betrachtend. Er verweilt die Natur des Entstehens, des Vergehens, sowohl des Entstehens als auch des Vergehens in den Gefühlen betrachtend. Die Achtsamkeit, Gefühl ist da, ist in ihm gegenwärtig in dem Maße, dass zum reinen Erkennen und für andauernde Achtsamkeit erforderlich ist. Und er verweilt unabhängig, an nichts in der Welt haftend. Genau so verweilt er hinsichtlich der Gefühle die Gefühle betrachtend. Der Geist Und wie, ihr Mönche, verweilt er hinsichtlich des Geistes den Geist betrachtend? Hier erkennt er einen Geist voller Begierde als voller Begierde, und einen Geist ohne Begierde als ohne Begierde. Er erkennt einen zornigen Geist als zornig und einen zornlosen Geist als zornlos. Er erkennt einen verblendeten Geist als verblendet und einen nicht verblendeten Geist als nicht verblendet. Er erkennt einen zusammengezogenen Geist als zusammengezogen und einen zerstreuten Geist als zerstreut. Er erkennt einen weiten Geist als weit und einen engen Geist als eng. Er erkennt einen übertreffbaren Geist als übertreffbar und einen unübertreffbaren Geist als unübertreffbar. Er erkennt einen konzentrierten Geist als konzentriert und einen unkonzentrierten Geist als unkonzentriert. Er erkennt einen befreiten Geist als befreit und einen unbefreiten Geist als unbefreit. Der Kehrvers. Auf diese Weise verweilt er hinsichtlich des Geistes den Geist innerlich, äußerlich, sowohl innerlich als auch äußerlich betrachtend. Er verweilt die Natur des Entstehens, des Vergehens, sowohl des Entstehens als auch des Vergehens im Geist betrachtend. Die Achtsamkeit Geistes da ist in ihm gegenwärtig in dem Maße, dass zum reinen Erkennen und verandauernde Achtsamkeit erforderlich ist. Und er verweilt unabhängig, an nichts in der Welt haftend. Genau so verweilt er hinsichtlich des Geistes den Geist betrachtend. Hindernisse Und wie ihr Mönche, verweilt er hinsichtlich der Damas, Damas betrachtend? Hier verweilt er hinsichtlich der Damas, Damas in der Form der fünf Hindernisse betrachtend. Und wie verweilt er hinsichtlich der Damas, Damas in der Form der fünf Hindernisse betrachtend? Wenn Sinnesbegierde in ihm vorhanden ist, erkennt er, in mir ist Sinnesbegierde. Wenn Sinnesbegierde nicht in ihm vorhanden ist, erkennt er, in mir ist keine Sinnesbegierde. Und er erkennt, wie nicht entstandene Sinnesbegierde entstehen kann, wie entstandene Sinnesbegierde überwunden werden kann und wie dem künftigen Entstehen der überwundenen Sinnesbegierde vorgebeugt werden kann. Wenn Übelwollen in ihm vorhanden ist, erkennt er, in mir ist Übelwollen. Wenn Übelwollen nicht in ihm vorhanden ist, erkennt er, in mir ist kein Übelwollen. Und er erkennt, wie nicht entstandenes Übelwollen entstehen kann, wie entstandenes Übelwollen überwunden werden kann und wie dem künftigen Entstehen des überwundenen Übelwollens vorgebeugt werden kann. Wenn Dummheit und Mattheit in ihm vorhanden ist, erkennt er, in mir ist Dummheit und Mattheit. Wenn Dummheit und Mattheit nicht in ihm vorhanden ist, erkennt er, in mir ist keine Dummheit und Mattheit. Und er erkennt, wie nicht entstandene Dummheit und Mattheit entstehen kann, wie entstandene Dummheit und Mattheit überwunden werden kann und wie dem künftigen Entstehen der überwundenen Dummheit und Mattheit vorgebeugt werden kann. Wenn Rastlosigkeit und Sorge in ihm vorhanden ist, erkennt er, in mir ist Rastlosigkeit und Sorge. Wenn Rastlosigkeit und Sorge nicht in ihm vorhanden ist, erkennt er, in mir ist keine Rastlosigkeit und Sorge. Und er erkennt, wie nicht entstandene Rastlosigkeit und Sorge entstehen kann, wie entstandene Rastlosigkeit und Sorge überwunden werden kann und wie dem künftigen Entstehen der überwundenen Rastlosigkeit und Sorge vorgebeugt werden kann. Wenn Zweifel in ihm vorhanden ist, erkennt er, in mir ist Zweifel. Wenn Zweifel nicht in ihm vorhanden ist, erkennt er, in mir ist kein Zweifel. Und er erkennt, wie nicht entstandener Zweifel entstehen kann, wie entstandener Zweifel überwunden werden kann und wie dem künftigen Entstehen des überwundenen Zweifels vorgebeugt werden kann. Und er verweilt unabhängig, an nichts in der Welt haftend. So dann, ihr Mönche, verweilt er, hinsichtlich der Damas, Damas in der Form der fünf Daseinsgruppen des Anhaftens betrachtend. Hier erkennt er, so ist die materielle Form, so ist das Entstehen der materiellen Form. So ist die Wahrnehmung, so ist das Entstehen der Wahrnehmung, so ist das Vergehen der Wahrnehmung. So sind die Willensregungen, so ist das Entstehen der Willensregungen, so ist das Vergehen der Willensregungen. So ist das Bewusstsein, so ist das Entstehen des Bewusstseins, so ist das Vergehen des Bewusstseins. Der Kehrvers Auf diese Weise verweilt er hinsichtlich der Dhammas, Dhammas innerlich, äußerlich, sowohl innerlich als auch äußerlich betrachtend. Er verweilt die Natur des Entstehens, des Vergehens, sowohl des Entstehens als auch des Vergehens in den Dhammas betrachtend. Die Achtsamkeit, Dhammas sind da, ist in ihm gegenwärtig in dem Maße, dass zum reinen Erkennen und für andauernde Achtsamkeit erforderlich ist. Und er verweilt unabhängig, an nichts in der Welt haftend. Genau so verweilt er hinsichtlich der Dhammas, die Dhammas in der Form der fünf Daseinsgruppen des Anhaftens betrachtend. Sinnesbereiche Sodann, ihr Mönche, verweilt er hinsichtlich der Dhammas, Dhammas in der Form der sechs innerlichen und äußerlichen Sinnesbereiche betrachtend. Hier erkennt er das Auge, er erkennt Formen, und er erkennt die Fessel, die in Abhängigkeit von beiden entsteht. Und er erkennt auch, wie eine nicht entstandene Fessel entstehen kann, wie eine entstandene Fessel überwunden werden kann, und wie dem künftigen Entstehen der überwundenen Fessel vorgebeugt werden kann. Er erkennt auch, wie eine nicht entstandene Fessel entstehen kann, wie eine entstandene Fessel überwunden werden kann, und wie dem künftigen Entstehen der überwundenen Fessel vorgebeugt werden kann. Er erkennt die Nase, er erkennt die Fessel, die in Abhängigkeit von beiden entsteht. Und er erkennt auch, wie eine nicht entstandene Fessel entstehen kann, wie eine entstandene Fessel überwunden werden kann, und wie dem künftigen Entstehen der überwundenen Fessel vorgebeugt werden kann. Er erkennt auch, wie eine nicht entstandene Fessel entstehen kann, wie eine entstandene Fessel überwunden werden kann, und wie dem künftigen Entstehen der überwundenen Fessel vorgebeugt werden kann. Er erkennt den Körper, er erkennt Tastbares, und er erkennt die Fessel, die in Abhängigkeit von beiden entsteht, und er erkennt auch, wie eine nicht entstandene Fessel entstehen kann, wie eine entstandene Fessel überwunden werden kann, und wie dem künftigen Entstehen der überwundenen Fessel vorgebeugt werden kann. Er erkennt den Geist, er erkennt Geistesobjekte, und er erkennt die Fessel, die in Abhängigkeit von beiden entsteht. Und er erkennt auch, wie eine nicht entstandene Fessel entstehen kann, wie eine entstandene Fessel überwunden werden kann, und wie dem künftigen Entstehen der überwundenen Fessel vorgebeugt werden kann. Der Kehrvers Auf diese Weise verweilt er hinsichtlich der Dhammas, Dhammas innerlich, äußerlich, sowohl innerlich als auch äußerlich betrachtend. Er verweilt die Natur des Entstehens, des Vergehens, sowohl des Entstehens als auch des Vergehens in den Dhammas betrachtend. Die Achtsamkeit Dhammas sind da, ist in ihm gegenwärtig in dem Maße, dass zum reinen Erkennen und verandauernde Achtsamkeit erforderlich ist. Und er verweilt unabhängig, an nichts in der Welt haftend. Genau so verweilt er hinsichtlich der Dhammas, Dhammas in der Form der sechs innerlichen und äußerlichen Sinnesbereiche betrachtend. Die Erwachensfaktoren So dann, ihr Mönche, verweilt er hinsichtlich der Dhammas, Dhammas in der Form der sieben Erwachensfaktoren betrachtend. Und wie verweilt er hinsichtlich der Dhammas, Dhammas in der Form der sieben Erwachensfaktoren betrachtend? Hier erkennt er, wenn der Erwachensfaktor Achtsamkeit in ihm vorhanden ist, der Erwachensfaktor Achtsamkeit ist in mir. Wenn der Erwachensfaktor Achtsamkeit nicht in ihm vorhanden ist, erkennt er, der Erwachensfaktor Achtsamkeit ist nicht in mir. Er erkennt, wie der nicht entstandene Erwachensfaktor Achtsamkeit entstehen kann und wie der entstandene Erwachensfaktor Achtsamkeit durch Entwicklung vervollkommnet werden kann. Wenn der Erwachensfaktor Achtsamkeit nicht in ihm vorhanden ist, erkennt er, der Erwachensfaktor Achtsamkeit ist nicht in mir. Er erkennt, wie der nicht entstandene Erwachensfaktor Achtsamkeit entstehen kann und wie der entstandene Erwachensfaktor Ergründung der Dammers durch Entwicklung vervollkommnet werden kann. Wenn der Erwachensfaktor Energie in ihm vorhanden ist, erkennt er, der Erwachensfaktor Energie ist in mir. Wenn der Erwachensfaktor Energie nicht in ihm vorhanden ist, erkennt er, der Erwachensfaktor Energie ist nicht in mir. Er erkennt, wie der nicht entstandene Erwachensfaktor Energie entstehen kann und wie der entstandene Erwachensfaktor Energie durch Entwicklung vervollkommnet werden kann. Wenn der Erwachensfaktor Freude in ihm vorhanden ist, erkennt er, der Erwachensfaktor Freude ist in mir. Wenn der Erwachensfaktor Freude nicht in ihm vorhanden ist, erkennt er, der Erwachensfaktor Freude ist nicht in mir. Er erkennt, wie der nicht entstandene Erwachensfaktor Freude entstehen kann und wie der entstandene Erwachensfaktor Freude durch Entwicklung vervollkommnet werden kann. Wenn der Erwachensfaktor Ruhe in ihm vorhanden ist, erkennt er, der Erwachensfaktor Ruhe ist in mir. Wenn der Erwachensfaktor Ruhe nicht in ihm vorhanden ist, erkennt er, der Erwachensfaktor Ruhe ist nicht in mir. Er erkennt, wie der nicht entstandene Erwachensfaktor Ruhe entstehen kann und wie der entstandene Erwachensfaktor Ruhe durch Entwicklung vervollkommnet werden kann. Wenn der Erwachensfaktor Konzentration in ihm vorhanden ist, erkennt er, der Erwachensfaktor Konzentration ist in mir. Wenn der Erwachensfaktor Konzentration nicht in ihm vorhanden ist, erkennt er, der Erwachensfaktor Konzentration ist nicht in mir. Er erkennt, wie der nicht entstandene Erwachensfaktor Konzentration entstehen kann und wie der entstandene Erwachensfaktor Konzentration durch Entwicklung vervollkommnet werden kann. Wenn der Erwachensfaktor Gleichmut in ihm vorhanden ist, erkennt er, der Erwachensfaktor Gleichmut ist in mir. Er erkennt, wie der nicht entstandene Erwachensfaktor Gleichmut entstehen kann und wie der entstandene Erwachensfaktor Gleichmut durch Entwicklung vervollkommnet werden kann. Care Vers Auf diese Weise verweilt er hinsichtlich der Dhammas, Dhammas innerlich, äußerlich, sowohl innerlich als auch äußerlich betrachtend. Er verweilt die Natur des Entstehens, des Vergehens, sowohl des Entstehens als auch des Vergehens in den Dhammas betrachtend. Die Achtsamkeit Dhammas sind da, ist in ihm gegenwärtig in dem Maße, dass zum reinen Erkennen und verandauernde Achtsamkeit erforderlich ist. Und er verweilt unabhängig, an nichts in der Welt haftend. Genau so verweilt er hinsichtlich der Dhammas, Dhammas in der Form der sieben Erwachensfaktoren betrachtend. Edle Wahrheiten So dann, ihr Mönche, verweilt er hinsichtlich der Dhammas, Dhammas in der Form der vier edlen Wahrheiten betrachtend. Und wie verweilt er hinsichtlich der Dhammas, Dhammas in der Form der vier edlen Wahrheiten betrachtend? Hier erkennt er, wie es wirklich ist. Dies ist Dukka. Er erkennt, wie es wirklich ist. Dies ist das Entstehen von Dukka. Er erkennt, wie es wirklich ist. Dies ist das Ende von Dukka. Er erkennt, wie es wirklich ist. Dies ist der Weg, der zum Ende von Dukka führt. Kehrvers Und er verweilt unabhängig, an nichts in der Welt haftend. Genau so verweilt er hinsichtlich der Dhammas, Dhammas in der Form der vier edlen Wahrheiten betrachtend. Voraussage Ihr Mönche, wenn jemand diese vier Satipatthanas auf diese Weise sieben Jahre lang entwickelt, kann eines von zwei Ergebnissen für ihn erwartet werden. Entweder vollendete Erkenntnis hier und jetzt, oder wenn noch eine Spur von Anhaften übrig ist, nicht Wiederkehr. Dahingestellt bleiben mögen die sieben Jahre, sechs Jahre, fünf Jahre, vier Jahre, drei Jahre, zwei Jahre, ein Jahr, sieben Monate, sechs Monate, fünf Monate, vier Monate, drei Monate, zwei Monate, ein Monat, ein halber Monat. Wenn jemand diese vier Satipatthanas auf diese Weise sieben Tage lang entwickelt, kann eines von zwei Ergebnissen für ihn erwartet werden. Entweder vollendete Erkenntnis hier und jetzt, oder wenn noch eine Spur von Anhaften übrig ist, nicht Wiederkehr. In Bezug hierauf wurde also gesagt, Der direkte Weg Ihr Mönche, dies ist der direkte Weg zur Läuterung der Wesen, zur Überwindung von Kummer und Wehklage, zum Beenden von Dukkha und Betrübtheit, zur Erlangung der richtigen Methode, zur Verwirklichung von Nibbana, nämlich die vier Satipatthanas. So sprach der Erhabene. Die Mönche waren erfüllt und voller Freude ob der Worte des Erhabenen. Der direkte Weg Untertitelung des ZDF, 2020